Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Gott, die Straßen im Heckenland sind aber holprig. Meine Schaltkreise sind doch ganz durcheinander. Aber schön ist es in der Eifel. Hab gar nicht gewusst, dass hier Animationen gemacht werden. Und dass meine Macher schon über 60 sind. Die sind ganz schön fit. Ja, hier macht es Spaß zu arbeiten. Komm, setz dich. Man fängt an mit einer Idee und die skizziert man auf. Alles klar, verstehe. Und dann wirst du danach moduliert. Moduliert? Aha, zeig mal. Mein Auge. Ja, und hier bekommst du jetzt deine Beine, damit du laufen kannst. Damit ich laufen kann? Super. Und jetzt lernst du das Laufen. Klasse. Ja, und hier wirst du in das Video einkopiert. Aha. Beim nächsten Film zeige ich dir, wie du deine Stimme bekommst, beim Chris im Tonstudio. Echt? Das ist hier direkt um die Ecke in Heidweiler. Oh. Cool. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020